und wir haben keine Lust mehr zu haben ja, was kommt jetzt los Ich spore einfach im Sander und spüren 2 Tage von meinem Geburtstag, yes! Geil! Geil! Sau wie ihn, oder? Haha Da kannst du dein Geburtstag mal gewöhnt feiern Ja, das ist so. Kann ich sagen, ich hab den meisten Geburtstag gewöhnt Ja, das ist ein ganzer wie vor Sack Ever, das ist ein 4-Kill äh, Untergang überlebt und danach feierst du einfach mal hart Och, Max Wash! Scheiße, das ist ne Scheiß! War nur lebt Der rennt zum Apo, da kann ja eh nix machen, weil das ist uncool Oh, das ist uncool, weil die checkt nicht Ich halte die Geisteparty Ever, Alter einfach alles explodiert, was hast du? Jo, wir haben die Reards Jetzt machen wir den Gegner hier noch der Arsch auf Ach, oder auch nicht 2-Kill ist genug Sorry, dude Was machen eigentlich schon wieder die Vanu-Lips hier? Pfff Wir kämpfen gegen Terana Oh, cool, sogar noch Alarm auf Inda, wie geil ist das denn? Jetzt werden die Freize interessanter Jetzt fliegt da auch noch ne Vanu-Valkyre Ja, die stürzt grad ab Oh ne, die ist gelandet Ich sterben Sven, ich hole ein Fahrzeug Was für ein Fahrzeug? Ein Harasser Dein Harasser, der hat doch gar nichts, oder? Natürlich nicht Oh, geil Bei mir wird's jetzt gleich kritisch Weil bei mir fangt's jetzt wirklich an noch schlimmer zu werden Ich fahr einfach mit Adrotz, der hat nämlich einen Harasser mit einer Fury Hast du auch Blitzerbleiter? Nein Nein Die wohnen in so nem Kaff, da gibt's noch keine Blitzerbleiter Pfff Geil Es ist bitter Markus, willst du mitfahren? Ja, natürlich doch Einer Was für ne Hunde so Wenn mich weg ist, nein, weil doch Pfff Uh, ich bin noch, warte, Flanke 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Jetzt fliege ich gleich aus der Warteschlange Uh, da ist er, Alter Das ist auch für unnötig irgendwie Alter, das ist ja Oh, das ist ein Hellebarde Und runter Was? Und Brandunterdrückung Hast du nicht gesagt, du hast gar nichts gesertet? Nicht Das ist das Einzige, was ich gesertet habe Und Brandunterdrückung Ja, Hellebarde und Brandunterdrückung reichen doch erstmal Ja, aber Brandunterdrückung auf zwei oder so Einmal anfangen, auf jeden Fall Und vor allem hab ich jetzt die richtige Klasse dafür Das ist nicht so gebankt, wie Sven ach du Scheiße was tust du alter Peter die Leute in Base reinzufahren und Pauler davor stehen gut was dein ja da muss ich ein bisschen Action zeigen hier in der Aufnahme wenn man stimmt oder was O2 handelt äh ja handelt sterben oh ja oh wer wird sterben oh er auch nicht what the fuck hey das war mein Fahrer das war mein Fahrer bist du ausgestiegen Maikus ja weil bei dir kann man nicht wissen ob du es verkackst oder ich glaube nicht ein dann springt mein Fahrer auch noch dann springt mein Fahrer auch noch das will ich aber auch was hören aber ich wurde Horkter der Vernichter ja jetzt fände ich es was cool wenn mich wieder einer von denen wiederbelebt ja ne ne bist du überhaupt was Markus Steigmann und neu ist überfeucht wie den eigenen bist du blöd ne da rennt man unter den Reifen ja warum fährst du unter den weil unter denen ja fahr doch mal ach so bist du da drin ich Sven schnell tötet ihn rechts äh links äh ja hä was vor uns weinst du Sven hat uns angeschossen nein der Fein ja Bruder genau vorne rein da kommt halt die ganze Zeit Panzer raus ne falls es dir noch nicht aufgefallen ist Yolo oh hol ihn dir vor uns wer ja der wo uns tötet der Harrison wenn du uns tötet ahja ich hab den voll getroffen aber ich hab noch mal kein Damage mit dem Ding bekommen wenn du uns tötet dann fahr mich nicht ha schau ich hab einen Lightning entfernt ich hab zwei überfahren zwei Lightnings überfahren ne zwei wo sich einen ziehen wollten oh 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 ja das ist nix machen wir halt braun oder drücken wir weiter hab ich schon gezogen ach so ok dann fahr mal weg die von ihm ist scheiße hallo fahr mal weg hallo anders Richtung es ist nicht aus anderes ja ich bin auch raus warum er hat eigentlich direkt auf den Tower zu mir wegfangen will ja weil er behindert ist was denn ne und einfach kein Leben hat und trotzdem die Gegner reinrennt ja wir müssen doch kämpfen ja mit einem vollen Herrester kannst du auch Gegner beziehen aber mit einem Brennenden nicht mehr ja aber dann bin wir eh aussteigen und ist es doch besser wenn wir nah ran fahren dann brauchen wir nicht so weit laufen man hätte auch einfach hochreppen können ah ne lass mich raten du warst kein Inchi natürlich nicht ich wollte hier reparieren aber er wollte ja genau in die kittische Base fahren ach so ich hab doch gar nicht geguckt was du wüsst hättest du was gesagt wenn ich ein Fahrzeug fahr dann nehme ich Inchi ja der fahr auf den Fall oh fuck Max man ja der wird euch ficken nein ich will ihn nein mein C4 liegt ab C4 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 was denn ich bin grad bei Gegner umgezählt worden verbreit worden und ich hab's nicht mehr gesehen das C4 und auf jeden Fall wo hätt ich's hätt ich's einfach zu mir du stand uns doch gar neben mir Digga äh nein Max das lag direkt unter der Max lag direkt unter der Max ja aber ich war nicht ich war ich hab doch grad deinen Namen noch neben mir gehabt ich war nicht neben dir ja aber ich war vor dir aber hinter der Max ja eh so wechseln ja du hättest ja nur schießen müssen ne ja wo war wo wär das zu viel gelegen du magst du denn halt Alter ja super das soll ich wissen was ja meinst du werfen den Max immer hinter die Max oder was deine Max hinter die Max oder was deine Max hinter die Max das ist ja auch froh zu können was die hab mich halt getötet so grad am letzten Sekunde deine Sterbens noch ich hab grad ne Kill der Weh alter ich rapp die grad alle weg die letzte Kraft deines Lebens musst du zünden beim Umfang gezündet beim Umfang musst du zündet beim Umfang musst du zündet beim Umfang musst du zündet yes ich hab noch einen weggeneif das ist die Serie das ist die Serie aber ich glaub wir kriegen hier ein bisschen fett hab grad einfach 5 ich hab grad einfach ne 5er Kiss die Gams von Ruhm die hat uns dabei auch noch einen weggeneif ach du schuldig das war echt nice das war echt nice wir haben übrigens keine Sunderer mehr ne die sind alle weg irgendwie wir haben keine Lust mehr sagen wir haben keine Lust mehr sagen wir haben zu sein die Arbeit uns kommen hier Jo ich spawne einfach im Sunderer und sterb ja gut Blende Zeit ja sterb dann da gesagt wie wär's mir gehen nach äh East Canyon also nein wir bleiben hier aber es gibt was ganz seltenes die Warners kämpfen gegen die Terraner nicht gegen die Latex sagt schon die Warners gegen die Latex Leute genau ja das sind ja die Latex Leute oh endlich Verdienstzeichen Upgrade oder nein was das ist ein anderes nee das ist die Gausser wo ich brauche ich muss die schwere spielen sag doch mal was die Gausser ja du musst halt lesen können ne da brauche ich noch 4 Kills die andere habe ich ja schon noch noch 100 ich brauche noch 110 Kills mit der Salve ja das nächste Anwälter ja diese muss ich aww aww der Gausser Salve ist nämlich noch beschissen die Gausser es ist gleich noch beschissener wie die Gausser nein die Gausser es finde ich geiler die Gausser Salve meine ich ist beschissener ja die brauche ich nicht die mache ich nicht die ist behindert noch brauchst du sie nicht ich brauchst du es sich nichts mein verdammt der Scheiße WTF undiel da unten red oktober von hinten das ist asozial wo kommen die von hinten von der seite ja egal ob sie von vorne oder von hinten du bist einfach gefickt alle haben keine chance gegen die das ist so schon rüber die werden uns auch ficken einfach ganz viele rohscher in den gegen schießen das ist aber auch so ficken sie uns die schmeißen einfach die raketen in die hand und schweißen sie zurück weiß es können hat er hat ihre rakete ja sie kann ich bekommen der recht oktober oktober kann alles können das ich kann außer hochdeutsch wasser hochdeutsch warum sollten red oktober auch hochdeutsch kennen schweißen sie schweißen sie